Die Peter-und-Paul-Kirche in Saldus Hier im Westen Lettlands ist nur jeder Zehnte katholisch. Arbeitslosigkeit und Armut sind groß. Dreimal in der Woche bereiten die Malteser warmes Essen zu und verteilen es an die Bedürftigen aus der Stadt. 90 überwiegend ältere Menschen werden so durch die kleine katholische Suppenküche versorgt. Die Mitarbeiterinnen packen auch Pakete mit Lebensmitteln wie Brot, das von heimischen Bäckereien gespendet wird. Auch ukrainische Flüchtlinge werden von der Suppenküche versorgt. Und Kleidung aus der Kleiderkammer für bedürftige Menschen wird gerne entgegengenommen. Die Pakete und das Essen werden von dem erst seit zwei Jahren in Lettland aktiven Hilfswerk ebenfalls eingepackt und in den Bonibus verladen. Dieser war in Deutschland bislang als Gemeindebus im Einsatz. Hier in der Diaspora wird der Bonibus des Bonifaziswerks nun von den Maltesern genutzt, um in den zersiedelten Gebieten Lettlands zu den Menschen zu gelangen. Allein aus eigener Kraft könnten die Malteser in Lettland Angebote wie diese finanziell nicht aufrechterhalten. Viele, insbesondere ältere Menschen, fallen auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus und trotz EU-Zugehörigkeit Lettlands durch das grobmaschige soziale Netz. Die 87-Jährige Renata Drovinia wird daher von den Mitarbeiterinnen der Suppenküche aufgesucht. Ich selbst kann kaum noch kochen, auch selbstständig Holz holen kann ich nicht. Ich bin auf Unterstützung und die Suppe angewiesen. Ich könnte ohne diese Hilfe nicht leben. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020